Wir bauen Wohnungen, wir machen alles von Neubau über Sanierungen. Am besten gefällt mir an meiner Arbeit, dass sie so abwechslungsreich ist, dass wir freies tun haben und aber trotzdem immer unterstützt werden. Ich habe zwei Kinder und jeder der Kinder hat weiß, dass es nicht immer so läuft, wie man es sich vorstellt. Wenn man einmal in der Früh sagen kann, ich komme eine Stunde später, weil mein Kind noch zur Oma bringen muss oder auch wenn es einmal krank ist, dann kommt man einmal an einem Tag nichts und arbeite dann einmal an einem anderen Tag für mich. Ich bin eine Gemütlichmacherin und arbeite bei den Atmen der Stiftsbetrieben. Bewirb dich auch du!